Hey, hey, hey! Hey, hey! Na, komm doch raus, ihr Feiglinge! Hey, Johnny! Auffassen! Verdammt nochmal! Die müssen raus! Ui! Der war aber weit drüber geschossen, mein Freund! Na komm doch, komm! Na? Na komm jetzt, das ist jetzt doof, weil die jetzt nicht immer verrecken, weil die im Wasser sind. Na komm doch! So! Gut! So macht man das! Haha! So, und jetzt geht's ab! Ich hoffe mal hier die eine Ebene noch weg! Und dann fangen wir an hier unsere Hütte zu basteln! Ah, Sand ist gut, brauchen wir für die Scheiben dann! Wir werden natürlich vielleicht gleich versuchen eins zu machen, dass man zuerst sogar einen Teller bauen! Ups! Hey! 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 Oh, jetzt hat Regen aufgehört! Schön! Ich hasse den Regen! Der ist immer so penetrant laut! Ja! Da! Schaut euch das an! Schaut euch das an! Schaut euch das an! So, das heißt wenn ich mit Keller baue, ich brauche drei, weil ich möchte ein bisschen großzügig hoch bauen, weil ich habe das zweistmal einfach zu niedrig, da kriege ich ja irgendwie Platzangst und fühle mich wie ein Hobbit. Ähm, deswegen drei hoch, das heißt ich muss vier in die Tiefe bauen! Ne, muss ich nicht! Ich muss fünf! Weil es wird am Boden auch reingezogen! Also schon mal weiß, wie tief das der Keller sein wird! Aber da brauchen wir dann natürlich auch sehr viel Holz, weil der Keller wird aus Holz und der Rest wird natürlich schon... Ähm... Ach, kommt dann erstmal die Schaufel hier... Der Rest wird dann schon ähm, andersweitig verwendet mit Stein und Holz, also wir haben da noch ein bisschen rumbauen. Deswegen brenne ich ja jetzt schon 30 Steine. So... Ja, ja, das ist immer so... Also das Rum-Erdeln da, das ist immer die schlimmste Aufgabe. Da sieht man einfach nicht, dass das voran geht. Da reißt man einfach nur Erde ab. Dann machen wir dich da auch gleich weg. So... Ist ja eh die letzte Ebene jetzt hier, was wir da... Äh! Ich komme mal ins Mausrad. So, es ist auch noch eine Schaufel. Ach ne, wir haben nur zwei. Aber es ist immer die Schnelle hier, die Eisenschaufel. Geht doch um einige schneller mit Turbospeed. Jetzt hat er schon wieder Hunger oder was gibt es denn das? So, ey! Johnny kommt immer ans Mausrad. Voll doof. Aber da hinten ist ja auch noch eine Insel. Aber hallo! Ach ja, ich wollte jetzt beim letzten Mal schon was ausprobieren. Weil ich habe ja voll honk, habe ja vergessen bei Game Mod ein E am Schluss einzugeben. Deswegen hat es nicht geklappt. Genau, da schauen wir jetzt mal schneller. Ob wir es jetzt mal von oben ein bisschen anschauen können. Game Mod 1. Nein. Okay, da habe ich Sicht aktiviert. Oder ist das mit Leerzeichen? Aha! Okay, also sprich, ich habe die... Ich habe es nicht aktiviert, also wir können nicht fliegen. Jetzt hätten wir das jetzt mal von oben anschauen können. Ah, was guckst du? Hallo! 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 So, dann haben wir das jetzt auch gleich hier. man ist wird schon wieder gleich dunkel und wir haben immer noch keine Schafe gefunden. Man müssen das schon mal auf Streifzug eingehen. Alter, wo kommst du hin? Du kleiner, beschissener... Entschuldigung... komm ja jetzt wird der nacht wir geht es erstmal zurück wir müssen aufpassen beim nächsten mal das ist zum wahnsinnig werden ich sehe gerade wir haben da einiges zum ernten wir brauchen wieder sechs nur bei allen es wird nämlich nach nein was machst du denn jetzt so jetzt gehen wir erstmal in unsere erdloch so dann machen wir erstmal brot ach warte mal, oh mein gott jede menge erde da habe ich auch noch was ein bisschen brot können wir machen 1 2 1 2 1 2 1 2 3 dann musst du erstmal da rein du auch so müssen wir jetzt essen jetzt ist natürlich doof weil jetzt haben wir nicht hier die ganze erde dabei naja lagern wir uns hier mal schnell kurz hier ein und dann machen wir eine schnipp spitzhacken und hier und dann gehen wir nach unten und schauen wir was man so noch alles sein was man unten also alles finden so den knochen hat zwei stück das cool so schwertschaufel jetzt haben wir ein paar spitzhacken dabei das passt schon gut weil da unten holen wir natürlich nachts immer noch sachen raus wir werden da jetzt versuchen uns gleich mal hier was nicht ach ja doch man bin ich ein depp ich sehe mich schon irgendwann runterfallen und gerade dann wenn ich 20 20 diamanten in der tasche habe so so gott ups da ist er ohne gesprungen so da hat er natürlich voll übel voll doof was ich da gemacht habe naja müssen wir dann irgendwann anders mal gucken dass wir das wieder hinkriegen so aber jetzt erstmal schauen wo bauen ach da kann man auch zu näht also wasser wieder vergessen ei 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 so ich würde mal sagen haben wir da das doch weiter oder auto oben ist gold so 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 die heißenpain hat so das ist das ist mehr Gold gedacht Alter der ganzen Gold der So, dann haben wir das hier. Also ich möchte halt irgendwo schauen, wo wir noch weiter nach unten uns buddeln können. Und so einen richtigen Stollen reintreiben. So, da müssen wir uns aber erstmal was überlegen. Ich möchte jetzt hier erstmal... Ach, da oben haben wir auch noch mehr. Ja, es ist schon... Die Rohstoffe sind schon jeden Meter da. Kann man echt nichts sagen. Aber was die Kohle betrifft und so, das ist so der Burner. Ja gut, Kohle gibt es immer viel. Aber am Anfang schon mal, quasi vor der Haustür so eine Höhe, der ist natürlich schon der Burner, schon das super. So, ich haue jetzt mich da einfach weiter. Ich betreibe uns da ein bisschen weiter in den Stollen rein. Gehen wir mal ein paar Ebenen tiefer. Und schauen wir, was wir da noch so finden. Ja, ich weiß, da geht es ja ganz runter und dann hoch und 12 hoch, glaube ich. Und dann findest du auch dein Ding. Ja, mag sein, aber ich suche lieber so. Das ist spannender. Redstone, Redstone, Redstone. Halt, da brauche ich jetzt auch die hier. Oh, sogar mehr. Yo, tschüss. So.